This is Manu Benner, the German Castle Con. Shall we begin? Mir gefällt es hier ausgesprochen gut, weil man fühlt sich wirklich irgendwie direkt wie ins Mittelalter zurückversetzt. Tolle Gäste sind da, es gibt was Tolles zu trinken und zu essen und wir freuen uns auf den weiteren Tag. Das ist ein Kastikon! Das ist ein Kastikon! Das ist ein Kastikon! Das ist ein Kastikon! Ich bin ein sehr schönes Kastel in Deutschland, Kastel Conn und es ist sehr schön hier. Hi everyone, I'm Josephine Asplund. Hello, it's Billy Boyd. I'm at a castle in Germany. And it's beautiful, it's hot, it's warm and the people are magnificent and friendly. Lovely to be here. Thank you. What do you mean?